Der SC Paderborn besiegt Hansa Rostock, findet wieder in die Erfolgsspur zurück und das war eine sowas von dominante Vorstellung. Rostock hatte keine Chance von Anfang bis Ende, vielleicht einzelne Torchance mal gehabt, aber spielerisch komplett unterlegen gegenüber Paderborn. Das war ein Klassenunterschied und die Paderborner sind auch relativ früh durch Schallenberg in der 19. Minute in Führung gegangen und das war auch mehr als verdient. Rostock hat sich nur hinten eingeigelt und wollte eigentlich auf Konter setzen und vielleicht mal überhaupt eine Chance zu haben. Dann haben sie aber realisiert, wir müssen jetzt was tun, weil verlieren würden wir sonst sowieso und das hat eigentlich auch ganz gut geklappt, zumindest in deren Verhältnissen gut. Denn das 1 zu 0 oder 0 zu 1 hat sich sehr, sehr lange gehalten, weil Paderborn es nicht geschafft hat, die Vorentscheidung zu erzielen. Das hat sich dann allerdings ab der 80. Minute geändert, denn Leiperts hat dann das 0 zu 2 erzielt und da war das ganze Spiel auch durch. Rostock musste aufmachen, haben aufgemacht und dann hat man natürlich Kontergelegenheiten und Piringer in der 88. Minute hat dann die endgültige Entscheidung erzielt mit dem 0 zu 3. Und das ist wie gesagt mehr als verdient, mehr Ballbesitz, mehr Torschüsse, mehr Chancen. Und Paderborn ist jetzt wieder dran an den Führenden. Also ich würde mich freuen, wenn es bis zum Ende spannend bleibt und wenn drei bis vier Mannschaften um den Aufstieg kämpfen können. Paderborn, mal gucken, ob die das in der Zukunft in den nächsten Spielen wieder halten können. Aber heute war es auf jeden Fall eine ganz, ganz starke Vorstellung und Rostock, ja, müssen sich steigern, denn das war heute nichts und eindeutig ein Zweiklassenunterschied.